Hallo People, ich wurde schon wieder gefragt, wann wir ein Video machen und ich finde, das lohnt sich heute mal wieder richtig. Wir haben hier von Splitter und CrossCalden ein paar coole neue Sachen gekriegt und das schauen wir uns einfach mal an gemeinsam. Jetzt geht es direkt los mit den Splitter & Malcolm Maxx Beuteln, die sind richtig cool. Dann haben wir hier einen fetten Hellboy-Welzer, da lohnt sich jede Seite, Geschichten aus dem Hellboy-Universum 9 ist das, Mike Minola, endlich, endlich, Teil 2 von Invincible. Da geht es jetzt weiter, nochmal was zum Lesen zwischendurch, da sind wirklich Buchstaben drin, Fikarroman und hier kommt was ziemlich cooles. Bowie, der Untertitel sah, Sternstaub, Strahlenkanonen und Takträume, cooles Teil. Jo, das war es schon mal, hier sind noch ein paar andere Sachen drin, gut, eins zeige ich euch noch. Berserker Unbound, ganz neuer Splitter-Titel mit Barbaren in der heutigen Zeit in New York und den Rest könnt ihr dann direkt einfach bei uns auf der Seite angucken.